Das Leben ist kurz. Das Leben ist kurz. Wirf dich vor Allah nieder und komm näher. Durch die Niederwerfung vor Allah wirst du seine Nähe bekommen. Wirst du immer Allah näher kommen, in seine Nähe gelangen. Was für eine Ni'am. Ein schönes Mitgebet, und das rate ich jedem, auswendig zu lernen, und es immer auch zu verstehen, ist Seydul ist der Gfar. Die beste Art, um Vergebung zu beten, so nannte es der Prophet. Und so sind so schöne Inhalte darin. Und zu diesen Inhalten gehört, dass man sagt, ich bereue meine Sünde. Ich bereue meine Sünde. Ich weiß, dass ich einen Fehler begangen habe. Ein Mu'men gibt seine Schuld zu. Ein Mu'men weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Und er weiß, dass es niemanden gibt, der die Sünde vergeben kann, außer Allah. Er fängt nicht an, mit Allah zu diskutieren. Und Argumente zu finden. Warum er das machen musste. Ich war ja gezwungen. Ich musste ja. Er, er, er hat mich gezwungen. Berüge dich, wenn du möchtest. Vor Allah wird dir das nichts nützen. Ja, da, kiral, as Haab, kum mutadibane. Ja, da, kiral, as Haab. Vielen Dank.